Ach komm, mach nicht so, komm hier du alter Schmollmaul. Juppie! Also, Eis! Frieren wir dein Feuer mal ein oder so? Piu! Piu! So, geschafft! Ich mag Feuermann nicht. Ach, sehe ich das jetzt richtig? Mein erster Level wird mein letzter sein, na fantastisch. Na okay. Ich habe aber null Leben. Schon wieder. Eigentlich wäre es am cleversten, ich begehe jetzt Selbstmord. Aber auf der anderen Seite wäre es aufgeben. Ich habe doch gesagt, ich gebe nicht auf. Und ja, auch wenn es bedeutet, dass ich das hier extra bewusst einmal völlig unnötig mache. Leider. Nein. Baa. Und höp, 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 höp. Und höp, jetzt aber. Hä, ich könnte auch mit M da hoch, fällt mir jetzt auf. Ja, das wird auch gehen. Dankeschön, sehr freundlich. Und die grünen Schießer kommen wieder zurück. Gleich im nächsten Bildschirm. Piu, piu. Ich habe Schießer gesagt. Versucht mal Schießer zu schreiben. Einfach so spontan im Chat mit jemand oder so. Wollen wir wetten, dass ihr einen Buchstabendreher einbaut? Passiert mir nämlich immer. Und hübsch. Oh, Blöcke. Ich mag immer noch das Geräusch. Tut mir leid. Ich hasse es noch nicht. Ich glaube, da wird frühestens das nächste... Das nächste Spiel dafür sorgen. Aber nein, das nächste Spiel ist Mega Man 2. Und Mega Man 2 ist noch viel toller. Ist das tollste Mega Man von allen, wenn ihr mich fragt. Scheiße. Nein, festhalten, bis man ganz oben ist. Leitern klettern. 1-0-1 für Anfänger. Wie ein echter Profi, oder? Yeah. Oh Gott, oh Gott. Hey, große Energie. Nee, kleine Energie. Aber egal. Scheiße. Mehr Energie verloren, als ich gewonnen habe. Verdammt. Eigentlich nicht so geplant. Ich meine immer, da kommt ein Blitz. Dabei sind es doch nur Grüne. Schlecht. Ganz schlecht. Schon wieder das M? Warum liegt da schon wieder das M rum? Mir egal. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Jetzt habe ich Doppel-M. Woher wusste ich, dass genau das die Waffe ist? Na, ist doch. B. Bomben. G. Gutsman. I. Eis. C. Steht für Cut. Ja, Cutman. F. Fire. M. Ja, was auch immer M heißen soll. Wir wissen es nicht. Nicht so wirklich. Oh, Kacke. Ja, ich weiß. Mit Cutmans Waffe könnte ich die unter anderem wohl platt machen. Aber Cutman ist, denke ich, die Schwachstelle von Elecman. Deswegen brauche ich die jetzt ja hier noch. Deswegen will ich das Zeug aufheben. Och, Lebensenergie wäre echt toll. Wenn ich schon mit nur einem Leben beim Boss bin, hätte ich auch gern... Arschloch! Etwas Lebensenergie, um einen ernsthaften Versuch zu starten. Brr. Ja, springt bitte in den Tod. Das wäre auch mein Wunsch gewesen. Oh nein, großer, oder? Ne. Irgendwas verwechsel ich gerade. Egal. Machen wir es uns hier mal einfach. So. Och, hier könnte man es sich eigentlich auch noch einfach machen, oder? Ah, geht doch. Wenn man es schon dabei hat... Oh Gott, da ist der Große, oder? Ähm, 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 was kann ich... Iceman. Ist auf keinen Fall die Waffe für den Boss, also nehmen wir es mal mit. Hä? Ah, er ist tot. Nur ich auch gleich. Verdammt. Ach, super, das war das mit dem Blitzen. Ah. Ob ich das schaffe? Ich habe wenig Hoffnung, muss ich sagen, aber... Das heißt noch lange nicht, dass ich aufgebe. Ich kann das noch schaffen. Umso epischer wird der Sieg, wenn ich ihn erringen sollte. Ganz vorsichtig da hochklettern. Ich bin hochkonzentriert. Okay, 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 okay. Komm her. Merkt ihr es? Gebt niemals auf. Es kann immer noch klappen. Und hey, die Augenbraue. Die kultigste Augenbraue aller Zeiten. Ich liebe den Augenbrauen-Effekt, ihr auch. Ich finde es so kultig, so geil. Und das Geräusch, wenn das UFO dann so wegfriegt. Wui, 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 wui. Es ist so ein ekelhaftes, aber so ein geiles Geräusch. Dadabam, badabam, Dr. Wiley. Nein, ich sage nicht Willi. Er heißt Wiley. Ah, ich heiße Megaman. Und die Augenbraue. Komm, gib sie mir. Ja, dann guckst du. Och, man sieht das Schloss ja gar nicht. Ist das erst ab in zwei Jahren? Schade. Oh Gott, mehr von euch. Scheiße. Scheiße, alles ohne dir. Spring hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja. Wah. Ach, ist ja eh kacke. Meine ganzen Vorräte sind auf Maximum gefüllt worden. Das ist ganz schön. Ah, noch mehr von euch. Na gut, ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen. Wär es mein Schloss, hätte ich auch nur von denen als Wache aufgestellt. Sind ja auch die beste Verteidigungen. Halten ewig viel aus und teilen auch ewig viel aus. Also sehr gute Wache. Hoch. So. Ja, bleib einfach stehen. Ist mir egal. Hoi, da müssen wir den Weg wohl erst freiräumen. Und hübs. Und hübs. Und hübs. Er mauert einfach seine Tür zu. Tja, was machen wir da, um dem Feuer zu entgehen? Einfach folgendes. Scheiße, das war doof. Ist schon richtig so, aber so komme ich ja nicht weiter, ne? Also auf dem Weg runter einfrieren. Ich krieg's noch hin, keine Angst. Gleich haben wir's. So. Na egal. Ne, ist nicht egal. Ach, verdammt. Äh. Äh. Hä, 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 Mist. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ach, fantastisch. Ach, du Großer. Ähm. Äh, hä, 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 nee. Okay. Oh, hübs. Und, hübs. Ich hab gern die Energie mitgenommen, aber tja. Uäh. Ist wohl nix, ne? Ja, toll. Tolle kleine Scheiße. Wolang geh ich denn? Ich geh oben lang. Oben gibt's Energie für mich. Ähm, kann ich das Ding jetzt hier so? Äh, ne, ne, ne. Ne, kann ich nicht. Ich kann aber auch nicht mit M eine Plattform machen und dann auf G wechseln. Äh? Außer. Hübs. 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 Und, äh, äh, ne. Nö, krieg ich nicht hin. Ich könnte außer... Funktioniert die Cutman-Waffe wie ein Bumerang hier oder nicht? Oder ne? Hm. Welche Waffe kann noch die Dinger kaputt machen? Da war doch noch eine, die das kann. Bomben? Hübs. Na toll, die liegt dann eh hier. Macht die mehr Faden? Nö, macht sie nicht. Ja, ich will jetzt nicht alle Waffen leerballern dran. Feuer? Hm. Unlogisch, aber... Nö. Na egal, dann kann ich nicht ändern. Bleibt's halt da oben liegen. Gah. Hi. Hier hast du einen Stein. Geh damit spielen. Äh... Bumm. Da ist ein Stein. Was haben wir hier so? Oh, Torpedos. Torpedos sind irgendwie cool. Okay, flieg halt über mir. Dann hab ich Ruhe vor dir. So. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kannst du mich nicht mehr an die Stacheln werfen. Die Gelegenheit hast du verpasst. Ach du. Ach du. Oh Gott. Oh mein Gott. Bin ich froh, dass ich M dabei habe. Komm, lass mich prinzipiell mal aufspringen. Ja. Jetzt rüber auf deinen Kollegen, oder? Nee, ihr macht mir nicht den Eindruck, als wollt ihr mich drauflassen. Flieg hoch. Ja. Ja. Ja, hoch. Nein, jetzt wieder runter. Egal. Geh ich halt selbst. Autsch. M-Energie. Nein, nicht abschießen, bitte. Dankeschön. Tja, hier braucht man wohl auch etwas M. Zack. Und zack. So. Und hier auch wieder, oder wie? Toll, was mache ich, wenn ich hier kein M mehr habe? So wie ich jetzt jeden Moment. Boah. Aber Millimeter knapp. Tja, das war's mit M, für den Moment, ne? Bosszeit, oh scheiße, Bosszeit. Ah ja, unser gelber Freund.